Die alljährliche Leistungsschau der Musikschule Vösendorf wurde im Kultursaal abgehalten. Welchen Stellenwert hat die Musik und die musikalische Erziehung in Vösendorf? Hat einen mittlerweile ganz großen Stellenwert hier in Vösendorf, wird auch toll unterstützt seitens der Marktgemeinde Vösendorf, sowohl finanziell wie auch ideell. Heute zeigt wieder unsere Musikschule, was sie kann. Also vom kleinsten bis zur großen Bigband, alles ist heute vertreten. Die Musikschule wird von der Gemeinde gefördert, ein großes Kulturgut, ein großes Miteinander. Ja, Musikschule, wir fördern wirklich hier die Musikschule extrem stark. Wir bekommen natürlich auch vom Land unsere Förderungen und die Elternbeiträge, aber der Hauptanteil liegt bei der Gemeinde. Wie sind Sie mit den Leistungen Ihrer Schüler und auch denen Ihrer Lehrer zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin eines der besten Lehrerteams österreichweit und auch die Kinder sind motiviert und spielen wunderbar. Wir bekommen tolle Preise. Wir bringen immer Musiker, die wir einheimsen und bei Wettbewerben. Also fantastisch. Ich bin stolz auf die Kooperation mit unserer Volksschule, mit der Musikschule. Und hier sieht man wirklich die Freude der jungen Menschen für die Musik und das ist wirklich begeistert. Wer ist hier eher tragend? Die Kinder, die Jugendlichen oder die Erwachsenen? Ja, es ist im gleichen Teil. Wir haben sehr viele Kinder, Jugendliche und einige Erwachsene auch in der Musikschule, ja. Worauf legen Sie beim Musizieren besonderen Wert? Dass es einen Spaß macht. Bare necessities. Bare necessities. Bare necessities. Just a bare necessities. But light. Just a bare necessities. So blind. Applaus Boletik Klänge